Ich sehe wie immer fantastisch aus. Hey, du! Hast du keine Augen im Kopf? Entschuldigung. Ruhe, Ruhe, bitte. Wir haben einen neuen Schüler in unserer Klasse. Ein neuer Schüler? Ein junger oder ein junger? Oh. 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 Ich glaube, ich träume. Mein Name ist Park Jong-Song. Ihr hört die Stimme eines Engels. Ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Hallo. Ich freue mich, euch kennenzulernen.